Ja, aber was? Das ist die Frau, die Frau nicht zu verbrücken. Dann, ja. Mama! Darüber lacht man nicht. Ich dachte, sie wäre besorgt, ich würde mich bitten, zurückzukommen. Aber städtisch sagt sie, komm ja nicht heim und denkt doch noch, ich würde heiraten. Jawohl, Natsuko. So wohl, dieser Mutter. Sag mal, Nana, bist du besoffen? Bin ich gar nicht. Oh, Mann. Tadai Ma.